Oh, hier ist der Rekord. Warte, da muss ich auch freischalten. Freigeschaltet. Was? Was bist du? Auf der Kurzwelle hören Sie uns über UI3 X-Ray Data Charly. Ausgleich O1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns in 80 Meter Bahn, aus einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Bahn, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Das ist eine Belohnbahn da. So geht das nicht. Ausgleich O1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns in 80 Meter Bahn, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Bahn, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Ausgleich O1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns in 80 Meter Bahn, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Bahn, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Ausgleich O1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Max sagt, wir haben irgendeinen Mikro-Ofen. Aus einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Bahn, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Du hast einmal, ob du irgendeinen Traum wegschickst, der nicht schleife ist. Ha! Ab dem 80 Meter Bahn, hören Sie uns über das UE3-Extra-Denker-Chartic. Wenn aber nicht ich, Alter, das liegt von dir. Äh, Niki, das kann nicht sein. Es tut mir leid. Aber es kann nicht sein, dass es von mir kommt. Aber es kann nicht sein, dass es von mir kommt. Sie hören uns in 80 Meter Bahn, auf einer Reihe von Umsetzern in 3,70 Meter Bahn. Ja, wir suchen die Quelle für diesen Ton. Ich mache hier zu. Hast du möglicherweise, ähm... Oh, oh, ich habe es begriffen. Ich habe es begriffen. Bei I'd One. Ja, und wir haben die ganze Zeit dort keine Schleife draußen. Ha, ha, ha. This is nice. So, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. ...bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 Meter Bahn, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Bahn, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Ein Test, ein Test, ein Test. Das geht? Ich kann nicht so gleich nach vorne reden und nach hinten schauen. Danke. Unsere Ausstrahlung im 80 Meter Band kommt über OE3 X-Ray Delta Charlie. Oskar Echo 1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Oskar Echo 1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Im 80 Meter Band hören Sie uns über OE3 X-Ray Delta Charlie. Oskar Echo 1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Oskar Echo 1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band. Oskar Echo 1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Oskar Echo 1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Auf der Kurzwelle hören Sie uns über OE3 X-Ray Delta Charlie. Oskar Echo 1, Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen bringen in Kürze den Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 Meter Band, auf einer Reihe von Umsetzern in 2,70 Meter Band, auf dem Livestream, auf YouTube und auf QO100. Im 80 Meter Band hören Sie uns über OE3 X-Ray Delta Charlie. Hier ist OE1 Whisky Bravo Sierra mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Willkommen und einen schönen guten Morgen beim OE-Rundspruch am 7. April. Sagen OE1 Whisky Bravo Sierra. Und OE1 Yankee X-Ray Sierra. Guten Morgen. Und natürlich auch OE1 November Bravo Sierra, der Nikolas. Er ist wieder an der Bild-Regie und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal. Und wir hoffen gemeinsam, dass unser Netzwerk heute wieder brav mitspielt und unsere Modulation im Bild und Ton aus dem Haus trägt. So, wir danken herzlich gleich vorweg allen unseren Verbindungsstationen. Das sind auf der Kurzwelle auf 3640 Kilohertz OE3 X-Ray Delta Charlie in der Nähe von Stockerau. Philipp OE1, OE3 ist der OE3 Juliet Oscar Oscar und Michael OE3 Oscar Kilo India. Die checken dort unsere Aussendung und schicken das Signal über die Kurzwelle. Und sie haben auch sich gemeldet heute schon und gesagt, in 14 Tagen wird der Rundspruch dann vom Standort des alten Nebenbetrieb gegangenen AKW Zwentendorf beim dortigen Field Day übertragen. Also da kann man dann dort direkt zuschauen, wie die Kurzwelle-Ausstrahlung funktioniert. Das Kallenberg-Relais wird heute von Max OE3 Mike Tango Alpha bespielt. Er macht auch den Bestätigungsverkehr auf dem Kallenberg. Exelberg Martin OE3 EGH macht die Aussendung im Team mit OE1 Sierra Kilo Hotel, der den Bestätigungsverkehr übernehmen wird. Fritz OE1 FFS hat sich gemeldet. Der 13 und 23 Zentimeter Repeater Verbund ist QRV mit den Relais am Hochwechsel am Schöckel bei Graz und Wien-Lagerberg. Hans OE1 JTW überträgt über das Hochwechselrelais. Karl OE5 PKN überträgt über Linz-Lichtenberg mit Lokalmeldungen im Anhang. Auch er hat sich heute gemeldet. Nochmals guten Morgen. Josef OE3 Juliet Whisky Charlie über das Hochkogel Berg Relais OE3 XDA und über den Kaiserkogel. Da ist OE3 CJB, der Christian, für die Übertragung verantwortlich. DMR, da laufen wir auf Brandmeister in der Talk Group 2320, Timeslot 1. IPSC 2, die Talk Group 2320 am Timeslot 2. Fabian OE9 LTX oder Klaus OE9 BKJ machen es möglich. Die OE Relais Verbundkette wird direkt hier aus dem Studio bespielt. Damit ist in Wien der Hermannskugel versorgt. In Salzburg das Geisberg Relais. In Niederösterreich Nebelstein und Jauerling in OE5. Oberösterreich das Feuerkogel Relais. Der Schöckel in Graz. In OE7 gleich drei Relais. Ja, es ist gebirgig. Da braucht es mehr. Telfs, Hochstein und Ahorn. Und in OE8 tönen wir aus dem Magdalenswerk Antennen. Wer da heute Bestätigungsvorkehr macht, weiß ich im Moment nicht. Vielleicht kriege ich das noch in Info herüber. Und der Werner OE6 Sierra Kilo Golf überträgt über den QO100. Hemnet läuft auch mit mumble.oe1.ampr.at. Das macht der Gregor OE1 Sierra Golf Whisky. Und der Rundspuch wird auch über die Eiscast-Server Wien AKH und Wien Wienerberg übertragen. Und die Links zu den Eiscast-Servern, die findet ihr wie immer im Hemnet unter news.ampr.at. Ja, gestern da war der Flohmarkt in Wien 21. Wieder der schöne, tolle Hallenflohmarkt Norbert OE1 November Delta Bravo. Hat dort wieder geöffnet. Silvia und ich sind allerdings mit ein bisschen Verspätung dort angekommen. Haben viele YLs und OMs dort angetroffen. Ja, und dann haben wir ein Gespräch geführt. Das ist jetzt hier auf unserem System im Augenblick ein bisschen verkommen. Wir werden einmal schauen, ob ich diese Datei da wieder hereinbekomme. Vielleicht macht uns die Sil wieder, weil die nächste Meldung aus OE1. Am Donnerstag, den 11.04. ab 19 Uhr beginnen wir mit dem zweiten Teil der Icebird Talk Serie zum Thema SDR, GNU Radio und Co. Die Seminarreihe soll mit dem Umgang von GNU Radio und der Verwendung von SDR-Empfängern und SDR-Sendern vertraut machen. Der zweite Teil wird folgende Themen zum Inhalt haben. Wie kann man mit fertiger Software und SDR-Technik experimentieren? Erste Schritte mit der Software GNU Radio. Die Blockstruktur in diesem nützlichen Tool. Wie setze ich Blöcke zu einem Signalweg zusammen? Welche klassischen Source- und Sinkblöcke stehen bei der ersten Entwicklung zur Verfügung? Erklärung von GNU Radio am Beispiel eines Broadcast-Empfängers. Erklärung von GNU Radio am Beispiel eines einfachen 70 cm FM Transmitters. Erster Überblick über notwendige Hardware, um einen UKW-Sendeempfänger aufzubauen. Und Erläuterung der nächsten Seminarinhalte. Damit dieser Seminarinhalt in einem maximal zweistündigen Abend gut übermittelt werden kann, bitte ich, also Kurt, als Vortragender zu beachten. Wer direkt aktiv mit Laptop und SDR-Modul an diesen Seminarabenden mitmachen sollte, will, der sollte unbedingt beachten, dass wir natürlich keine Installationsübungen abhalten wollen, denn dazu sind eigene Workshops geplant. Der Termine dazu eventuell lassen sich noch gemeinsam finden. Also den Laptop mitbringen zum Mitmachen, wenn SDR++ bereits installiert ist und mit einem RTL-Stick oder einem Lime SDR-Mini erfolgreich funktioniert und auch GNU Radio vollständig, das heißt mit allen Modulen installiert ist. So, jetzt ist aber soweit, die Zuspielung ist bereit. Wir springen zurück gestern zum Flohmarkt in Wien 21. Der Hallenflohmarkt in der Aderklarer Straße Nummer 4 ist heute wieder ganz toll besucht gewesen, gestartet. Habt ihr ja schon um 8 Uhr, Norbert O1 NDB, ist es wirklich gleich mit vollem Besuch losgegangen heute? Fast ja, aber mir hat es ja gewundert, es sind schon um knapp vor halb 8 Uhr zwei Leute gestanden und wollten unbedingt schon rein, obwohl noch keine Anbieter da waren, aber kurz danach ist es ziemlich losgegangen. Und meine Sachen sind ja sowieso schon parat und freuen sich immer wieder, dass Leute vorbeikommen. Einer der Anbieter hier auch, Franz O1 AOA. Franz, du hast ganz besondere Schmangel auf deinen Tischen ausgebreitet. Hat das Zuspruch gefunden? Ja, absolut. Es sind bekannterweise, ist ja mein Geschäft zugesperrt, ist ja schon. Ich bin in Pension im positivsten Sinn und habe ein paar Kuriositäten, die übrig geblieben sind, aber nicht im negativen Sinn und genau diese Sachen habe ich hier jetzt am Flohmarkt und es hat sich sogar bis Bratislava herumgesprochen, dass es da interessante Sachen gibt und wir haben sie ins Auto gesetzt und waren um 8 Uhr schon hier am Stand und haben eben diese Schmankerl und Kuriositäten da mitgenommen. Franz, die, die gestern also jetzt sozusagen das versäumt haben, was du hast, du hast noch genug übrig. Ja, ja, es gibt noch einiges. Ich werde noch einmal mein Lager mit den Sachen, die übrig geblieben sind aus der Firma, durchschauen. Ja, und natürlich beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und genau dieses nächste Mal wird sein, wann, Norbert? Am 11. Mai und dann werden wir ein bisschen Pause machen und das wird dann wahrscheinlich wieder erst im August, Anfang August dann wieder stattfinden. Also eine besondere Chance, 11. Mai hier wieder in der Aderklarstraße Nummer 4. Gut, U1 KBC, du kannst uns jetzt aber erklären, warum das hier mehr ist als ein Flohmarkt, sondern ein richtiger Treffpunkt, wo man auch ganz neue Sachen lernen kann. Ja, ich darf einmal den Norbert U1 NDP bedanken, dass er überhaupt diese Location so gut in Schwung hält und die nützen wir natürlich auch zu Meet & Greet. Und heute hat man wieder gezeigt, der Richard, der CHR, ist gekommen und hat einen in der Hand getragenen Satellitenspiegel mitgebracht mit einem Empfänger und haben wir Wetterbilder live am Dach hier. Wir können Gott sei Dank auch durch die Möglichkeiten aufs Dach hinauf und haben die aufgenommen. Wir werden in der nächsten QSB einen Bericht, glaube ich, machen darüber. Ich habe schon ein Handyfoto von seinem Wettersatellitenbild gesehen, faszinierend. Darüber reden wir aber genauer. Man kann aber auch hier rundherum Dinge ausprobieren, die man unter Umständen auch erworben hat am Flohmarkt. Absolut, ja. Wir haben jetzt schon in der Zwischenzeit vier Antennen, glaube ich, oben, die für Kurzwelle UKW sind, wo wir Diverseste machen. Und wir haben heute die Station auch dazu genützt, dass sich wer hinsetzen kann. Und wir haben O1-Uniform, Hotel-Uniform im SOTA unterstützt, sowohl auf 10 Meter als auf UKW. Also alles vorhanden, ja. Mehr als ein Flohmarkt und das nächste Mal am 11. Mai. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück und zum LV1. Da habe ich den Aufruf, bitte besucht weiterhin unsere Seminarabende, welche circa einmal im Monat stattfinden werden. Zusätzliche Hands-on- bzw. Workshop-Abende, die könnt ihr besuchen, um das im Seminar Gehörte gemeinsam umzusetzen und auch installationsrelevante Themen mit genügend Zeit behandeln zu können. Wir freuen uns jedenfalls gemeinsam, die Zukunft des Amateurfußfunks zu entdecken. Das schreibt uns mit Herzlichen 73 der Kurt-UE1-KBC, der Landesleiter vom ÖVSV Wien. Und die Seminarreihe, die findet statt im Seminarraum des LV1 in der Eisvogelgasse 4 im ersten Stock in 1060 Wien. Zusammenführen, Brücken bauen und die Dinge dabei in die eigene Hand nehmen, in den eigenen Verantwortungsbereich bringen. Das war schon immer eine Stärke des Landesverbandes Wien. Warum sollte das beim Thema Kommunikation und soziale Netzwerke zwischen den Funkamateuren anders sein? Wir sprechen von Matrix, dem neuen Server des ÖVSV, der als eigenes soziales Netzwerk funktioniert und auch bestehende Netzwerke mitspielen lässt. In die Praxis umgesetzt hat dieses Projekt ein junger OM aus der, so könnte man es nennen, U18, also jünger als 18 Jahre Riege des Landesverbandes Wien, nämlich MAX OE1 KHZ. Max, der Matrix-Server im ÖVSV, der füllt sich im Moment deutlich mit Leben. Du hast ihn aufgesetzt, das ist aber schon ein paar Monate her, ist das richtig? Ja, damit haben wir ca. im November oder Dezember begonnen, den Matrix-Server aufzusetzen, aber das hat ein bisschen gebraucht, weil wir mussten ja auch noch den SSO aufsetzen. Also die ganzen User werden in echt auf einem SSO angelegt und nicht direkt am Server. Aber diesen Single Sign-On-Service, den kann man auch für andere Services verwenden. Also das ist dann schon future-proof. Future-proof ist also Matrix oder Matrix aus deiner Sicht aus folgenden Gründen. Warum nimmt man das? Matrix ist Open Source und es ist dezentral. Es gibt eine Vielzahl an Brücken zu anderen Plattformen. Das bedeutet, man ist nicht gezwungen, eine bestimmte Plattform, man ist nicht gezwungen, Matrix zu verwenden, um mit Leuten auf Matrix zu schreiben. Man muss nicht den Server von ÖVSV nehmen. Man kann sich seinen eigenen Server hosten oder man kann den Matrix.org-Server verwenden. Man hat da die freie Wahl. Aber zum Schluss sollten eigentlich, wenn es richtig gemacht wird, alle zusammenkommen. Ja, das ist das Ziel. Diese geteilten Gruppen, jeder Landesverband hat vermutlich seine eigenen Gruppen für dieselben Projekte. Und das Ziel ist das, das alles zusammenzuführen, dass wir gemeinsam an diesen Projekten dann arbeiten können. Der Anstoß, die Idee, das war ja Kurt, oder ins KBC, du hast das dann übernommen, diesen Server aufzusetzen. Ist das ein großer Aufwand oder wie funktioniert das in der Praxis? Im Prinzip habe ich auf einem Server Matrix aufgesetzt, also Matrix Synapse genau genommen aufgesetzt. Das ist jetzt eigentlich kein großer Aufwand, dazu gibt es Online-Tutorials. Und dann habe ich noch einen Single Sign-On-Service, in dem Fall Authentic, auf einem anderen Server aufgesetzt. Also es war nicht so schwer. Okay. Wer pflegt und hegt das System jetzt? Derzeit mache das ich. Okay. Du bist im Verhältnis, ich habe das Rufzeichen erst vor relativ kurzer Zeit zum ersten Mal gehört, seit dem vergangenen Jahr lizenziert. Stimmt das? Ich bin schon seit zwei Jahren lizenzierter vom Kampftherr. Okay. Was sind, wenn ich merke, sozusagen der Digitalteil des Hobbys? Was macht noch Spaß? Satelliten. Ah ja. Satelliten empfangen und dekordieren. Das heißt, wir reden hier nicht nur vom QO-100, sondern wir sprechen auch von anderen Himmelskörpern, die Signale senden. Ja, NOAA-Satelliten, Meteor-Satelliten, Metop, was auch immer, alle, Feng Yun, also von allen Ländern vertreten, USA, europäische Satelliten, russische und chinesische. Ich meine, das Ganze dreht sich irgendwie um das Programm Satelliten. Und da gibt es halt auch Gruppen von den Developers für die Interessenten. Jobmäßig, du bist derzeit noch Schüler der HTL. In welchem Fachgebiet? Ich bin derzeit in der Mechatronik, aber ich beschäftige mich schon auch privat sehr viel mit IT und Netzwerktechnik. Die großen Zukunftsthemen. Max, ich danke dir herzlich für das Gespräch im heutigen OE-Rundspruch und wünsche dir alles Gute. Und ich hoffe, wir hören uns rund um den Matrix- oder Matrix-Server des ÖVSV noch öfter. Danke, wiederum. Ja, das Ganze ist ausgezeichnet dokumentiert bereits. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut ihr auf die Wiki-Seiten in unserer ÖVSV-Homepage. Max hat dort übrigens eine sehr genaue Anleitung für den ersten Einstieg und für die Registrierung an diesem Server geschrieben. Diese Infos sind also ganz wichtig und es gibt dort Step-by-Step, sodass man reinkommt. Ich benutze Matrix oder Matrix hier bereits auf dem Handy und auch auf dem Laptop und man kommt wirklich bereits sehr weit in den Seiten des ÖVSV und kann mit einer Menge anderer Funkamateure, Funkamateurinnen in OE bereits damit kommunizieren. Tolle Sache. Als Frühjahrsauftakt wird der SAF-Aktivitätstag. Am dritten Sonntag ist er nämlich im April. Mit vielen Stationen aus der Ostregion belebt. Frequenzen von 2-Meter-Band aufwärts werden aktiviert. Das 3-Zentimeter-Band wird auch an diesem SHF-Tag ein Schwerpunkt sein. Eine Besonderheit werden wieder Gäste aus OE8 und OE6 am Windpark in Lichtenegs sein. Die Stationen aus dem Windpark sind im gesamten Windbecken sehr gut zu empfangen. Die TU Wien mit Chris, OE1 VMC, der hat ebenfalls zugesagt, die Stationen zu aktivieren. Der Bisanberg wird wieder als sehr beliebter SHF-Standort mit diversen Stationen aktiv werden. Die Clubstation mit dem ICOM-IC905 für 23 cm, 9 cm, 6 cm und 3 cm, die ist mit dabei. Wäre doch eine tolle Gelegenheit, die vielen ICOM-IC9700 auf 2,70 m und 23 cm zu aktivieren. Die Aufruffrequenzen sind im 2-Meter-Band 145,475 MHz FM, im 70-Zentimeter-Band 430,500 MHz FM und im 23-Zentimeter-Band 1297,500 MHz FM. Wir freuen uns jedenfalls auf eine rege Teilnahme an den Standorten und von den Stationen aus dem QTH. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Kurt, OE1 KBC, der Landesleiter von Wien. Ja und die SHF-Standpunkte noch einmal, das ist der Windpark Lichtenegg, der Bisanberg und die Clubstation der TU Wien. Besucht immer wieder die Website des Landesverbandes wien, oe1.oevsv.at, denn dort gibt es immer mehr Landesverband Wien-spezifische Informationen zu allen Events und die sind eben ganz frisch. Alle wiederkehrenden Aktivitäten laufen wie gewohnt in Wien. Da sind am Montag ab 19.30 Uhr die CW-Runde, 144,075 MHz mit moderaten Geschwindigkeiten. Mittwoch ab 19.30 Uhr die 80 Meter Kurzwellenabendrunde, Frequenz 3657 MHz und täglich trifft man sich am Umsetzer Kahlenberg auf 438,950 MHz um 20 Uhr. Für das Notfunknetz Wien gibt es wieder einen Erreichbarkeitstest und zwar am Dienstag, den 16.04. von 17 bis ca. 19 Uhr. Los geht es aber eigentlich schon um 15 Uhr mit der Alarmierung auf dem LV1-Mailverteiler, LV1-Telegram-Gruppe und auf dem Informationsnetz Wien. Das ist im Prinzip das Relais Kahlenberg OE1XUU. Das ist auch der Beginn des Eincheckens der Funkstellen bei der vorläufigen Leitstelle. Ab 17 Uhr ist dann die Eröffnung der lokalen Informationsnetze. Die Funkstellen checken dann von ihrem Standort aus hörbaren lokalen Informationsnetze ein und geben der jeweiligen Leitstelle einen Rapport. Anschließend checken die Funkstellen aus dem Informationsnetz wieder aus und die lokalen Informationsnetze werden geschlossen. Das Ende, das voraussichtlich ist dann ca. 18.30 Uhr oder 19 Uhr. Ja und es werden folgende lokalen Infonetze aktiviert. Für den 1. und 8. Wiener Bezirk 430,0625 MHz und für die Bezirke 13 und 14 die Frequenz 430,15 MHz. Dieser Erreichbarkeitstest ist keine Notfunkübung. Bitte trotzdem aber die Hörbarkeiten erfassen und an das Notfunkreferat weiterleiten. Insbesondere, wenn ihr nur hörenderweise am Erreichbarkeitstest teilnehmt. An diesem Tag werden auch insgesamt zwölf sogenannte Lichtinseln im Stadtgebiet in Wien als direkte Anlaufpunkte für die Bevölkerung im Krisenfall im Test teilnehmen. Alle Infos über den Ablauf und die Frequenzen gibt es auf der Webseite des Landesverbandes Wien. Und es freut sich auf eure rege Teilnahme. Das Notfunkteam bestehen aus Tom, OE1TRI, Stellvertreter und Martin, OE1MVA, Notfunkreferent in Wien. Wir gehen weiter nach OE2 Salzburg. Das Klubheim, das ist wie gesagt in 5071 Wals-Sietzenheim in der Mühlwegstraße Nr. 26. Und das ist jeden Freitag ab 18 Uhr oder nach Absprache mit dem Vereinsvorstand oder dem Stationsverantwortlichen für euch offen. Wendet euch bitte per Mail an die Landesleiterin Andrea, OE2-Yenki-Yenki-Lima und sie hat die E-Mail-Adresse OE2-Yenki-Yenki-Lima.OEVSV.at oder an den Roland OE2-Romeo-Oskar-Lima.OEVSV.at Und damit sind wir schon in OE3 Niederösterreich. Für Mitglieder des MAFC des Mödlinger Amateurfunkclubs, der sich hauptsächlich aus Funkamateuren und Funkamateurinnen des ADL 303 Mödling zusammensetzt, hat Kurt Rienz KPC vor einigen Monaten einen sehr erfolgreichen Meshcom-Bastel- und Baunachmittag im HQ in Wiener Neudorf veranstaltet. Für jene, die damals dabei waren, gibt es nun ein Update. Am Freitag, dem 26. April ab 17 Uhr werden gemeinsam mit Kurt die Meshcom-Module nun mit den fehlenden Bauteilen kompletiert. Und danach wird genügend Zeit für ein Meshcom-Projekt-Update und einen Erfahrungsaustausch mit Kurt sein. Also bringt unbedingt alle eure Module und natürlich auch eure Fragen mit. Der Organisator Andi, OE3 ANU, schreibt, Ich freue mich schon auf eure Teilnahme. Eine Anmeldung ist aber nicht erforderlich. Ich sende euch ein paar Tage vor dem Workshop noch eine kurze Erinnerung. Und er fügt natürlich dran an. Herzlichen Dank an den vortragenden Kurt Rienz KPC für den unermüdlichen Einsatz. Für Niederösterreich haben wir hier noch eine Reihe weiterer Veranstaltungstermine. Da gibt es zum Beispiel von 19. bis 21. April den Tullner Felder Frühlingsfieldday des ADL 305. Das ist Tullnstocker-Rau. Weitere Details via ADL 305 Webseite bzw. unter fieldday.at. Infos gibt es über ernst, OE3i.de, dem Bezirksleiter des ADL 305 Tullnstocker-Rau. Ihr seid herzlich eingeladen, den ganzen Fieldday lang oder auch nur als Tagesgast teilzunehmen. Inoffiziell ist die Anreise schon ab 18. mittags möglich. Das ist auch ein besonderes Datum. Der 18. April ist nämlich der World Amateur Radio Day. Übrigens, wir haben wieder ein Sondercall von September bis November 2024, bei dem wir gerne wieder CWisten als Gast-OPs rekrutieren möchten. OE45NO, so wie No, anlässlich 45 Jahre Volksbefragung zum AKW Zwentendorf. Ach du Liebes, so lang ist das schon wieder. Ach du Liebes, bisschen. So, ja, und das ist natürlich jetzt der Fieldday, wo am 21. dann der Rundspruch dort vom Gelände abgestrahlt wird via OE3XDC. So, es geht weiter mit Fieldday. Das ist der traditionelle Frühlingsfieldday des ADL 303 Mödling im Gasthof Enzian auf der Münchkirchner Schweig. Der läuft heuer vom Freitag 7. Juni bis Sonntag 9. Juni mittags. Nähere Details erscheinen zeitgerecht auf der Homepage des ADL 303. Das ist oe3.oevsv.at Wenn Sie dort ein Zimmer buchen möchten, am besten über den Peter OE3OPA, erreichbar via Mail unter oe3opa.oevsv.at. Gäste anderer ADLs sind natürlich herzlichst willkommen. Und das schreibt uns alles der Enrico, OE1 Echo Quebec Whisky, Bezirksleiter ADL 303 Mödling. Ja, und die Amateurfunktage Altlenkbach für 2024, da haben wir leider einmal einen falschen Termin veröffentlicht. Der richtige Termin ist vom 30. August bis 1. September, also das letzte Ferienwochenende, am Gelände der Schulzhütten. Und wir freuen uns schon alle drauf. Wer an alten Dingen interessiert ist, nicht unbedingt nur Amateurfunk, sondern vor allem auch ganz klassisches Radio. Nächster Radio-Flohmarkt in Breitenfurt am 21. April. Das ist eine Info von OE3 Foxtrot-Solo Whisky. Wir gehen weiter nach OE4 Burgenland. Unser nächstes Club-Treffen, das findet in Litzelsdorf statt, und zwar am 14.04. ab 10 Uhr bei Metzis Wirtshaus in 7532 Litzelsdorf. Das betrifft also den ADL 042, 402 und 403. Ich möchte alle unsere AMRS-BARC-Mitglieder und Gäste, die natürlich auch herzlich willkommen sind, zu unserem Club-Treffen einladen. Unsere Neulizenzierten sind natürlich auch herzlich willkommen, damit man sich einmal gegenseitig kennenlernt. Der Ansprechpartner ist der Rainer Stangl, OE4RLC. Er hat die E-Mail-Adresse oe4rlc.at oder der Gerhard Rothfuß oe4gtu, E-Mail-Adresse oe4gtu.at. Das Wirtshaus ist Metzis Wirtshaus, Petronella Schuster, in der Marktstraße 78 in 7532 Litzelsdorf. Der Club, das sind also alle OE4er der ADLs angesprochen, der trifft sich jeden Freitag in der Großhöfleiner Zeche ab 18 Uhr. Das nächste Mal ist daher der 19. April. Und die Großhöfleiner Zeche, die findet ihr in der Eisenstädter Straße Nummer 3 in 7051 Großhöflein. Ja, muss ich korrigieren, nicht an jedem Freitag, sondern an jedem dritten Freitag. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. So, bleibe noch hier in OE4. Am 1.6. findet der jährliche Flohmarkt in der Großhöfleiner Zeche statt. Einlass für Aussteller ab 7 Uhr. Flohmarkt startet dann um 8 Uhr. Tischreservierung und Info bei Christian OE4, Charlie Hotel Sulu, Rufzeichen at gmx.at ist seine Mailadresse. Bei schönem Wetter steht auch der Hof zur Verfügung. Auf zahlreiche Aussteller freuen sich Rainer OE4, RLC, Landesleiter OE4 und natürlich auch der Christian OE4, CHZ. Bevor wir nach Oberösterreich gehen, schaue ich schnell auf unseren YouTube-Chat. Zwei Infos sind da reingekommen, drei eigentlich. Der Fabian schreibt, OE9xKV, der DMR-Repeater, scheint offline zu sein. Kurt, OE1KWC, möchte hinzufügen, am SHF-Wochenende, also am dritten Sonntag jetzt im April, da werden noch weitere Stationen auf dem 3-Zentimeter-Band aktiv werden. Also es bleibt nicht nur beim Windpark und beim Bisamberg. Und da gibt es also noch mehr Stationen. Und etwas zum Schmunzeln, das AKW strahlt also doch, wenn auch nur, auf Kurzwelle. So, es geht weiter mit einem Beitrag von der Silvi. Und zwar ist er für Oberösterreich, OE5, der weitgereiste Ohm, Nigel Corton, G3-TXF oder OE5-TXF, der wird uns im Rahmen einer Präsentation Einblicke in seine zahlreichen Funkabenteuer bieten. Das Datum dazu ist der 20. April ab 19 Uhr. Nigel ist nämlich ein weitgereister Mensch und er hat zu Berichten von seltenen DXCC-Entities wie Pitcairn Island, Rodriguez, Tristanda, Kuna, Mauretanien, Senegal, Malediven, Guadeloupe, Martinique, Neukaledonien, Papua-Neuguinea, Nauru, Vanuatu, Osterinsel und vieles mehr. Mit einem Funkbetrieb mit mehr als 500.000 QSOs. Das muss man einmal zusammenbringen. Wir erwarten von einem erfahrenen DXer, wie man zu einer QSL-Karte einer seltenen DX-Station kommt, wie ein DX-QSO abzulaufen hat und welche Erlebnisse ein DX-Expeditionär auf der anderen Seite des Funkgerätes so hat. Die Einladung richtet sich nicht nur an die Mitglieder und Freunde des ADL 509, sondern spricht alle DXer, Newcomer und Interessierten an. Wir freuen uns schon auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Aber aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Großveranstaltung ist die Teilnahmezahl mit 55 Personen begrenzt. Aus diesem Grund wird eine Voranmeldung über oe5hil.at gebeten. Der Vortrag selbst findet in deutscher Sprache statt. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Manfred oe5hil Ortsgruppe Steyr ADL 509. Das Datum noch einmal, das ist der 20. April ab 19 Uhr und zwar im Landgasthaus Wirtimfeld in Dietachdorf bei Steyr in der Enserstraße Nr. 99. Ja, das ist schon beeindruckend. Eine halbe Million QSOs im Lok. Unfassbar. So, also, 1. Mai, der 1. Mai kommt auch, wenn erst in ein paar Wochen, aber das ist schneller da, als man glaubt. Nach dem 1. Mai ist vor dem 1. Mai und es gibt immer was zu tun. Das ist also kein Werbespruch, sondern das ist das Motto von Joe, OE5, Juliet, Foxtrot, Echo. Auch dank der vielen Anregungen, Wünsche und einigen Fehlermeldungen hat er an einer neuen und verbesserten Version des Logbuchprogramms Openlogger AOEE gearbeitet. Es wird daher dringend empfohlen, und jetzt kommen wir wieder zum 1. Mai, dafür die aktuellste Version zu installieren. Das ist 1.11 oder neuer. Gemachte Einstellungen bleiben natürlich erhalten. Die Downloads sind unter Funkbetrieb, Contest, Wettbewerbe und HF-Konteste auf der ÖVSV-Wid. Homepage zu finden. So, was hat sich verändert? Neben korrigierten Fehlern, unter anderem bei der Darstellung von Duplikaten oder beim Cutbetrieb an den Bandgrenzen, sind vor allem folgende Verbesserungen hervorzuheben. Es gibt einen neuen Startdialog. Beim Start wird jetzt ein Dialogfenster gezeigt zum Beginnen einer neuen Übung. Dabei werden standardmäßig nur die relevanten und zukünftigen Daten zur Auswahl angezeigt. Es erscheint dabei auch eine kurze Erklärung und ein Standard Speichername wird vorgeschlagen. Über die Knöpfe Alle Übungen zeigen wird die komplette Liste inklusive der vergangenen Übungen angeboten. Ist der automatisch vorgeschlagene Dateiname schon vorhanden, wird stattdessen eben dieses Log geöffnet. Anmerkung, dieser Dialog wird nur gezeigt, wenn die letzte Übung mehr als 31 Tage zurückliegt. Ansonsten wird, wie bisher, der letzte Stand direkt geladen. Die Stations- bzw. Operator-Einstellungen wurden komplett vom Hauptfenster entfernt und sind nun über die Menüleiste erreichbar. Hier wird auch die Liste der Operators verwaltet. Und dieses Fenster wird auch automatisch beim Start einer neuen Übung gezeigt. Dieses Einstellungsfenster bietet alle in Österreich gesetzlich wählbaren Geschlechter zur Auswahl, wird die Kategorie Newcomer gewählt, muss auch das Datum der Lizenzprüfung eingegeben werden. Das darf gemäß Ausschreibung nicht mehr als drei Jahre zurückliegen. Ansonsten kann man dort mit dem Anlegen einer neuen Übung nicht mehr direkt fortsetzen. Weitere Komfortfunktionen. Im Rufzeicheneingabefeld für das Call der Gegenstation unterstützt jetzt ein Fragezeichen als Platzhalter in der Wildcard. Damit werden nämlich in der Teilrufzeichenliste alle möglichen Kombinationen angezeigt. Wird der Cursor vor dem Fragezeichen platziert und ein Buchstabe eingegeben, dann wird das Fragezeichen überschrieben. Solange noch Fragezeichen im Rufzeichenfeld sind, kann also das QSO nicht gelockt werden. In der QSO-Liste werden formal ungültige Rufzeichen und auch unbekannte Bezirke farbig hinterlegt. Dadurch können Fehler bei der Durchsicht der QSOs leichter erkannt werden. Drei neue Tastenkombinationen sind verfügbar, nämlich STRG-O oder CTRL-O, um schnell zwischen den Operators zu wechseln, CTRL-B zwischen den Bändern zu wechseln und CTRL-M zwischen den Betriebsarten. Das Benutzerhandbuch wurde natürlich auch aktualisiert. Dort steht natürlich dann auch mehr über Auswahl der Anzeigefarben und das neu gestaltete Statistikfenster. Fragen, Wünsche, Feedback, Fehlermeldungen etc. Bitte weiterhin an Joe, OE5JFE, über seine at OEVSV-Mailadresse. Tja, also ganz klar OE5JFE.at ist seine Mailadresse, aber wendet euch als erstes an das Betriebshandbuch, an das Benutzerhandbuch, das man auch downloaden kann. Dann wird vielleicht vieles von vorne herein klar. Jetzt schon zum Kalender noch für die nächsten Veranstaltungen. Das ist was für den Juli, da haben wir auch keinen Rundspruch. 38. Internationales Amateurfunktreffen in Gosau am Dachstein. 5. bis 7. Juli zeitnah gibt es dann das komplette Programm. In OE6 Steiermark, da gibt es das Amateurfunk Peilen im Mürttal. Und zwar am Samstag, den 20.04. findet in Hönigsberg ein 80 Meter Funkpeilen statt. Der Annausrichter bzw. Bahnleger ist OE6LVG, der Otto, und OE6RNT, der Andreas. Der Veranstalter ist die Ortsstelle Mürttal, ADL 602. Anfahrtsbeschreibung. Ab der Autobahnabfahrt Hönigsberg den ÖVSV-Schildern folgen. Der Treffpunkt ist der Gasthof Anbauer in Hönigsberg, in der Hönigsberggasse Nummer 8. Ab 10 Uhr gibt es dort die Leihpeiler-Ausgabe und für Newcomer eine Einführung in die Peiltechnik. Ab 10.30 Uhr ein Briefing und ab 11 Uhr startet dann das Funkpeilen. Der Bewerb zählt zu den österreichischen bzw. steirischen zur Peilmeisterschaft. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Bitte per E-Mail an peilen.oevsv.at Bitte gib auch an, ob ein Peilempfänger benötigt wird oder ob man selber einen hat. Es wird empfohlen, einen Stereo-Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker mitzubringen, 3-Polig und eine 9 Volt Batterie. Bitte nicht vergessen. Zwei wichtige OE6-Termine zum Vormerken. Mitgliederversammlung am 27. April im Gasthof Pachler. Das ist das Gasthaus zum Schmiedwirt in Graz-Nord. Und natürlich den Sommer Field D in Weinburg am Saasbach am 6. Juli. Das ist das erste steirische Ferienwochenende. Wenn wir schon über Amateurfunkpeilen gesprochen haben, hier noch ein paar weitere Termine in diesem Zusammenhang. Es gibt ein 80 Meter Peilen im Prater und zwar am 1. Mai ab 10 Uhr. Einen 80 Meter Peilbewerb in der Kloster Neuburger Au am 11. Mai um 11 Uhr. Einen 80 Meter Peilbewerb im Dorothea Wald am 25. Mai ab 11 Uhr. Und einen Peilbewerb in der Brandlucken am 15. Juni ab 11 Uhr. Es tut sich. Tirol, OE7, der Amateurfunk-Blogkurs für die Prüfungskategorie 1. Der läuft eigentlich schon oder hat schon ein Wochenende hinter sich. Infos auf oe7.oevsv.at. Dann Landesverband Tirol und Ausbildung weitersuchen. Die wöchentlichen Clubabende im Innsbrucker Clubheim, die finden immer am Freitag statt. Der nächste ist also dann der 12. April. Das Clubheim ist in der Brixner Straße Nummer 2 im 1. Obergeschoss in 6020 Innsbruck. Und der nächste Tiroler Landesclubabend, der findet statt im Café Regina. Das ist dann am Freitag, den 3. Mai. Das schreiben uns mit herzlichen 73 der Thomas, OE7, TPH, der Ortsstellenleiter des ADL 701 Innsbruck und der Manfred, OE7, AAI, der Landesleiter von OE7. Zwei offizielle Einladungen haben wir aus Tirol vorliegen. Zunächst eine Einladung zur erweiterten Vorstandssitzung am 20. April ab 10 Uhr. Der erweiterte Vorstand des Landesverbands Tirol, der setzt sich zusammen aus den Ehrenmitgliedern, dem Vorstand, den Ortsstellenleitern und den Referatsleitern. Die Versammlung findet nur im Präsenz statt und zwar im Café Regina, Bleichenweg 63 6020 Innsbruck. Und dann die Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Tirol, des ÖVSV für 2024. Mit deiner Teilnahme kannst du selbst bei der Entscheidungsfindung mitwirken und dich über die laufenden Aktivitäten aus erster Hand informieren. Ideen und Anträge für die Weiterentwicklung unseres Vereins und die Verfolgung unserer Ziele kannst du gerne noch bis spätestens einlangend am 19.04. schriftlich oder auch per E-Mail an oe7-alpha-alpha-india-at-oevsv.at übermitteln. Wenn du dich aktiv im Landesverband engagieren möchtest, dann bitte nimm doch mit mir Kontakt auf. Es gibt nämlich immer genug zu tun. Die letzte ordentliche Hauptversammlung, die fand statt am 06.11.2020. Daher endet die reguläre vierjährige Funktionsperiode des Vorstandes sowie aller Fachreferenten und es wird in der diesjährigen Hauptversammlung ein neuer Vorstand gewählt. So, und weil das so wichtig ist, jetzt zum Mitschreiben das Datum. Samstag, 4. Mai ist der Termin. Die Versammlung beginnt um 13 Uhr und das Ende ist für 17 Uhr geplant. Die Leitung wird Ingenieur Manfred Mauler oe7AAI innehaben und im Anschluss natürlich gemütliches Beisammensein und Ausklang. Das schreibt uns der Manfred oe7AAI in seiner Funktion als Landesleiter des Landesverbandes Tirol. Wir gehen weiter nach oe8. Der Fred oe8FNK, der baut fleißig an seinem Single-Chip-3-Zentimeter-Transferter. Hier können sich nämlich Fans der hohen Frequenzen freuen, da der Zugang zur Mikrowelle dadurch erleichtert wird. In nächster Zeit folgen dazu noch weitere interessante Informationen. Ja, das wird ein wirklich interessantes Gerätchen, das man auf ein Handfunkgerät aufsetzen kann. Ich habe schon einiges so en passant gesehen und auch beim UKW-Treffen hat Fred sein Gerät präsentiert. Also, Zukunft weiter in oe8. Die LV8-Morgenrunde, nun auch bekannt aus der aktuellen Ausgabe der QSB, sucht weitere Stationen, die sich beteiligen wollen. Täglich auf etwa 6.20 Uhr auf oe8XNK warten wir auf zusätzliche OMs und VLs, die die Runde vergrößern. Mit freundlicher Empfehlung von Paul oe8PCK und Gerald oe8DEK. Einen kleinen kurzen Blick zur Sonne. Aktuell ist es anscheinend eher ruhig auf unserem beliebten Stern, trotzdem stehen die Bedingungen weiterhin in Richtung DX. Ein Favorit ist jetzt sicherlich das 20-Meter-Band. Kurzwellige Grüße kriegen wir da vom Jürgen, oe8JSK. Und danke an den Jürgen vom Wolfi für die QSL-Karte aus oe8Wiesen. Ja, die ist nämlich vor zwei Tagen in meine Hände gelangt. Weitere Termine oe8 am 12. April ist Clubabend im ADL 807 im Gasthaus Presser in Passering. Und auf deinen Besuch freut sich der ganze ADL mit Martin oe8MTK. Und am 19.04. im ADL 801 ab 19 Uhr im Gasthaus Eichholzer in Klagenfurt. Begrüß dich Robert oe8RVK und die Klagenfurter Runde. Und im beliebten Geiltal ADL, das ist 805, ein bisschen später, am 27. April in Kötschach-Mauten, freuen sich alle Mitglieder mit Chris oe8CKK über deinen Besuch. So, das waren alle Infos aus dem Kasnudelland. Und auch wir sagen Grüße und herzlichen Dank für die Infos. Wir gehen weiter nach oe9 vor Adlberg. Da gibt es ein paar Termine im Restaurant Dorfmitte in Koblach, findet am Samstag, den 13. April tagsüber der beliebte oe9 Amateurfunkflohmarkt statt. Und von Samstag, den 20. April bis Sonntag, den 21. April 2024, da läuft beim Waldplatz Kindergarten in dem Altenauweg in Feldkirch-Meiningen der oe9 Frühlingsfieldday. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Klaus oe9 BKJ. Zur AMRS-Klubabende gibt es dort derzeit nicht regelmäßig. Neue Termine werden aber auf der Homepage angekündigt. Und einen AMRS-Rundspruch kann man an jedem Freitag mitverfolgen um 8 Uhr auf 3.700 Kilohertz plus minus QRM. Neuigkeiten aus dem Dachverband. Die Rufzeichenliste von Österreich, die wurde am 1. April aktualisiert. Und das ist nämlich kein April-Scherz. Es gibt dazu einen Link auf unserer Homepage zu finden. Und es gibt auch einen Link zur aktuellen Rufzeichenliste für Deutschland dort zu finden. Stichwort Deutschland. Die Ham-Radio dieses Jahr ist aktiv vom 28. bis 30. Juni. Das Motto diesmal ist, wir feiern 60 Jahre IOTA, also Islands on the Air. Technik trifft Abenteuer. Wir sehen uns in Friedrichshafen. Funkrunden und Funkaktivitäten. Der ÖVSV-Dachverband ist zum 100-jährigen Bestehen des Radios dieses Jahr mit einem Sonderrufzeichen unterwegs. Und zwar OE100 Radio. Und wir freuen uns über alle, die dabei mitmachen wollen. Bitte dazu eine Mail schreiben an den Stefan, oi7hpj at oivsv.at. Er koordiniert nämlich die Operator und gibt die Informationen, wie die Logs zu führen sind. Bernhard, OE1, Bravo, Eko, Sierra hat uns kurzfristigst noch ein Mail geschrieben mit einer Information. Am World Amateur Radio Day, also am Donnerstag, dem 18. April, werden wir am Vormittag die Volksschule in der Schumann-Gasse im 18. Wiener Bezirk aktivieren. Die dritte und vierte Klasse nimmt in diesem Schuljahr an der Moon Camp Challenge der ESA teil. Und ich habe angeboten, schreibt uns Bernhard, die Klasse ein bisschen über die Kommunikation mittels Funkwellen und Amateurfunk zu erzählen. Da am World Amateur Radio Day auch Sprechfreiheit für Kinder gilt, wollen wir das Gehörte auch gleich praktisch ausprobieren. Ich bitte möglichst viele VALS und OEMs, mich als Gegenstation dabei zu unterstützen und somit zum Gelingen des Vorhabens beizutragen. Aufgrund der Gebäudesituation sind leider nur QSOs in FM über die beiden Wiener Repeater Kahlenberg und Hermannskogel möglich. Ich freue mich aber auf viele QSOs. 73 Bernhard OE1 Bravo Ecosierra European CV QRS Activity Week Der Hauptzweck ist die Förderung von Neulingen, weil QRS heißt langsam, von Neulingen durch gemütlichere Geschwindigkeiten. Bitte honoriert deren Teilnahme durch Einsenden der Loks auch bei nur wenigen Verbindungen. Durch eine Teilnahme geht man nämlich nicht in die Annalen ein, aber wer vom Ellbogendenken geprägt ist, der hat auch dort nichts zu gewinnen. Im Gegenteil, für routinierte CVisten ist das eher eine Geduldprobe, aber der Gewinn, der soll für die Anfänger und für die Wiedereinsteiger sein, indem sie begreifen, wie einfach eigentlich eine CV-Verbindung in der Praxis sein kann. Datum und Zeit ist der Montag, der 29. April ab 0 Uhr UTC bis Freitag, den 3. Mai 23.59 Uhr UTC. Das ist in der Woche nach dem 4. Sonntag im April. Naja klar, also die Betriebsart ist CW-Frequenzen, alle Bänder einschließlich der WARC-Bänder, also von 160 Meter, 6 Meter, 2 Meter, alles dabei. Bevorzugte Bandabschnitte jeweils plus minus 10 Kilohertz um die Anruffrequenzen, aber alle nach Bandplan und lokalen Regeln erlaubte Frequenzen dürfen genutzt werden. Nicht-QRP-Stationen sollten kein CQ-Rufen auf den QRP-Anruffrequenzen, eigentlich logisch. Tasten und Geschwindigkeit, es sind alle Tasten erlaubt, außer Keyboards. Vorbereitete Texte aus Rechnern oder Memory-Tasten sollen nicht verwendet werden. Die Ausnahme sind wiederholte CQ-Rufe mit dem eigenen Rufzeichen, die ausdrücklich erlaubt und sogar erwünscht sind. Die höchste erlaubte Geschwindigkeit ist 14 Words per Minute, 14 Words per Minute, beziehungsweise 70 Buchstaben pro Minute. Die langsamere Station eines QSOs bestimmt dabei das Tempo. Wie sollen die Rufe aussehen? CQ-Q-RS oder ganz einfach ein CQ-Ruf? Insbesondere routinierte Amateure sollten möglichst viel CQ rufen, denn Anfänger sind eher scheu beim Rufen und ziehen die Station vor, die sie leichter arbeiten können. Ausführliche weitere Infos zum Betrieb und auch zum Logging auf der deutschen Seite EU-CW-SKD. Diese Info bekamen wir vom Arnold-OE1-I-AH in seiner Funktion als CW-Referent. Und bitte, wer möchte den YL-Event OL88YL an der Conteststation OK5Z in Tschechien? Der findet nämlich im Spätsommer statt und den bitte einplanen. Das Ganze ist am 4. August bis Samstag, den 10. August 2024. Und wer da jetzt hinfahren möchte, der nimmt bitte Kontakt auf mit der Eva Thiemann, hb9fpm at uskar.ch Die FM-Runde über die FM-Relais-Kette, den sogenannten OE-Link, die läuft dann jeden ersten Samstag im Monat immer um 19 Uhr. Viel Spaß wünscht Kurt, OE1-KWC. QSO-Runden in digitalen Sprachbetriebsarten. Die C4FM-Runde jeden Sonntag um 20 Uhr auf dem System YCS mit der DG-ID Nr. 32. Wer via DMR teilnehmen möchte, der kann auf dem IPSC2-DMR-Netz die Sprachentsprechgruppe 7 des Zeitschlitzes 1 benutzen. Die D-Star-Österreich-Runde, die findet jeden Dienstag um 20 Uhr statt und zwar auf dem D-Star-Reflektor DCS-009, Modul A für Österreich. Wir freuen uns jedenfalls auf rege Teilnahme. Das schreiben uns mit herzlichen 73 der Ewald, OE4ENU und der Michi, OE8VIK. Ja, das war es schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und fürs Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitnachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag ist wieder Wien-Rundspruch und wir melden uns mit der nächsten Ausgabe des Österreich-Rundspruches dann am 21. April. Bis dahin wünschen wir einen schönen Sonntag. Wir, das ist das Österreich-Rundspruch-Team, OE1-November-Bravo Sierra der Nikolas, OE1-Yenki-X-Race Sierra de Silvia und OE1-Whisky-Bravo Sierra Wolfgang. Danke fürs Dabeisein und schönen Sonntag noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017